Dann kann der Tommy Farmen gehen in der Zeit. Tommy. Oh mein Gott, das hab ich da gefunden. Ich hab irgendwas aufgegraben beim Sandfarmen. Okay, das ist nur Bullshit. Dann hätten wir nämlich nicht das dumme Problem, dass die ganze Zeit Viecher um uns herum sind. Ja, Tommy, mach mal gerade. Mach mal gerade, wenn's geht. Der Wald kann doch auch hochgehen. Kann, ja, muss aber nicht. Ich bau den Wald, gell, du Mongo. Ich will bauen. Ich mach bauen. Ich mag bauen. Bauen. Was denn der ganze Koppel? Wir haben doch ganz oben. Wir haben doch nicht auf der Erde. Äh, ich hab zwei Erde. Ähm, ja klar. So war gezeichnet. Am besten noch mit Schießschaden oder so. Aber was hast du eigentlich deine Powerpoint-Präsentation gemacht? Ähm, Computer-Viren. Reicht das, wenn ich den hier drüben mache? Oder noch weiter weg? Das passt schon so. Passt schön. Aber das hab ich mich grad verbaut. Mein wasch im Block, nein. Man kennt ja irgendwas mit Holz nur mache. Ah, ja, was mach ich dann? Ähm, du weißt schon, dass da spinnen drüber klettern können, gell? Ja, ich weiß schon, aber ich hab dann was dagegen. Das kommt aber erst zum Schluss. Ja, ich... Warte, warte. Komm mal schnell zu dir. Du machst das dann. Ah, weil ich baue, nicht baue. So, dann am Schluss, gell? Da ein Block hin, dass sie da nicht dann hoch können. Ja, fast so ähnlich. Aber ich mach's zwar mit der Technik, aber es sieht so scheiße aus. Das ist voll der Knochenjob. Ich könnte ja Faltermitsch nehmen, wenn ich die... Oh, ich hätte fast Faltermitsch bekommen. Ich bin auch fast. Ich sag's nicht, was ich Faltermitsch bekommen. Wachst schneller, meine Dinge. Meine Dinge. Wachst schneller, meine Dinge. Gutes Deutsch, du habst. Nein, ich weischt mein DIN. Wachst mein DIN. Perfekt Deutsch. Oh mein Gott, ich hätte um einmal Faltermitsch gemacht. Gott, jetzt geht er doch nun so mal. Ich hab mal was essen. Ach was, essen wird überbewertet. Was wird bei dir nicht überbewertet? Überbewertung. Überbewertung. Gert. Oh mein Gott, ich wäre irgendwo ziemlich näher in den Zombies. Ach, Entschuldigung. Oh mein Gott, ich glaub, es wird dumm. Zombies machen solche Ideen. Das ist der Tag, du Mondo. Die Sätze sind so schlimm. Ja trotzdem, geh mal ins Haus, dann hörst du auch nicht so. Ich mein Jonas, der krack sagt, sag das nicht, ich glaub, es wird dunkel. Wird gar nicht. Ach, es kommt ja auch, wurscht. Oh. Hier war ich, gestern in TF2. Wie gesagt, ich hätte ich, das spielte Sprachtisch. Sprachtschirm. Ja, da war ich dabei. Mondo. Cricka! Oh, Alter. Oh, hat ein halbes Damage bekommen. Tommi geht da runter. Alter, wo kann mich da was verbessern? du musst ja gar nichts verbessern an meiner mauer wird nichts bei meiner hau mauer wird nicht so verbessert okay ich habe jetzt auch ein ganzes damit schaden fall damit denke ich mal das andere halbe selbst durch keinen kabel mehr auch super gemacht so sieht ich hab noch was für mich wenn es gibt er da 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 das mal ein kurzer kommt die vertragung eines crieber meyeres was keinem da kommt die nicht herz hat ich heute integriert was auf dem klo offenkulich immer was ich mich in der Schule war schlassen er hat es ist wenn ich auf den klo Aja und warum beschwänzt du, Herr, Jonas? Weil ich auch in der Schule nie könnte, meine ganzen Blätter voll kotzen hätte können, das wäre bestimmt cool gewesen. Oh ja. Oh, das weiß ich nicht, Fränen. Das waren nur Zeiten, wo wir es gemacht haben. Ja, äh, ein Freund von mir, der hat da richtig Fett auf den Tisch kotzt, weil ich... Das war schon schön, du hast auch geschleckt. Bei Kenny vs. Benny habe ich letztens die Demisigung gesehen, da musste jeder aus der Crew so einen komischen Trank trinken und dann Spenny voll kotzen. Jeder von denen hat sich Fingern heiß gesteckt und dann Spenny voll gekotzt. Und die Wasser voller Kotze, das glaub ich so nett. So was brauchst du auch, oder? Das ist lustig. Das ist Geld, oder? Da ruhts Geld. Da sagts Geld einmal Hallo und dann macht's Boom. Dann ist der Geld weg, alles explodiert. Tommy, geh noch mal Samen farmen. Okay. Nein, hast du Probleme, hallo, das reicht doch. Nein, das reicht nicht. Ich brauche mal mehr, was ich da gemacht habe. Wir brauchen, du könntest doch so ein Feld machen mit Pistons und Wasser, dass das das dann automatisch abfahren. Ja, weil wir schon so viele Fleißen haben. Das ist nicht wirklich so richtig. Boah, 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 verschreckt irgendeinem ist gerade in der Nähe von mir vorbeigelaufen. Und dann kommt das komische Geräusch von der Erde. Und dann kommt das komische Geräusch von der Erde. Und dann kommt das geschminkt, ich hab noch ein paar sieht's. Schau mal. Ähm, reich, reich wieder. Ah, ja, ich hab einen grandiosen Plan. Ich hol da drüben mal welche. Ja, mach das. Meine Güte, wieso habe ich das schon so viel Damage? Kannst du doch nicht bringen. Doch. Weißt du, erste Folge nach einer Minute? Oh, scheiße, das ist wirklich tot. Was hast du gemacht? Ich hab mir vorgefasst. Ja, ich hab mir Fingernfunkstext. Äh, ich hab mein Bein verdreht. Es wird dunkel, ich geh lieber nach Hause. Ja, mein Bein verdreht. Schau mal, was ich machen kann, man mal, ich hab mein Bein verdrehen. Das war schlauer schön, mein Sohn. Ja, aber schön, dein Bein verdrehen. Komm, da geht nur mehr. So schön kann das Mami nicht. Mal, dreh doch du mal dein Bein. Brauch all euren Kabel. Ich hab selber nur noch ein oder zwei. Gleich so viel. Ja, klar, kein. Sicher, sicher, verschärbt nur so viel wie du hast. Das OP. Zur Erklärung, OP heißt bei Jonas Overpowered. Ja. Guck mal, Jonas, wie viel. Wot. Da wie viel wird das anbauen? Da muss noch mehr. Das muss noch mehr sein. Dass wir uns mit Brot bewerfen können, so wie muss das sein. Nein, mit Kekse. Wir machen Kekse, die Schlau-Bien. Nein. Kekse. Ab und zu mal Kekse oder so. Ab und zu mal mal was gut gemacht haben. Warte, ich hab Türen. Ich hab Türen. Ich hab Türen. Ah, Tommi hat ein Level-Up, der Türen gemacht. Ich kann, aber die Mauer muss weg. Die Mauer muss weg. Die Blase muss platzen. Die Blase muss platzen. Ich muss aber auch Klo-Mama. Die Blase muss platzen. Boah, hier wird's von der Draußen jetzt Monster spornen und so. Äh, nicht, wenn ich ausläuft. Alter, wie viel's magst du? Ja, was? Boah, jetzt hat die Dier um ein Haarchen, so kackt. 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 Du warst schon gelegt, der hat mich angeschützt. Kackt. 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 Ich brauche was zu essen. Der braucht das nicht. Essen wird nicht überwächtet. Wer hat das schon vergessen? Ja, stimmt. Kackt. Kackt. Das wird bei dir echt nicht überbewertet. Überwertung. So dumm. Du hast vorhin erwähnt, Mungo. Ja, würde ich sagen, wir gehen alle mal farmen. Dein Schleppler. Dein Schleppler. Dein Schleppler. Dein Schleppler. Marcel, ich geb dir die Samen. Ich glaub, er will, ich glaub, er will selbst überhaupt machen. Zuizid. Dein Schleppler. Dein Schleppler. Dein Schleppler. Bestimmt nicht in meiner Nähe. Schade, dass es bei Minecraft nicht so ein Pink Tool gibt, wie bei Portal. Scheiße, da ist wirklich ein Skelett. Oh. Mein Gott. Wie wär's mal, wenn du hier in die Mitte irgendwas machst... Creeper hinter dir. Lauf weg. Ist das nicht近packisch? Bist du sicher?